Trash Star im Trash TV Die britische Ausgabe von Celebrity Big Brother in der TV-Kritik Wann wird eine TV-Sendung zum Ereignis? Dazu bedarf es offenbar zwei Zutaten, viel Silikon und möglichst wenig Stoff. Fertig ist die Schlagzeile. Und darauf setzten die Macher des britischen Trash-TV-Formats. Courtney Stodden gehört seit ihrer Heirat im zarten Alter von 16 Jahren mit dem viel älteren Schauspieler Doug Hutchinson zu den kontroversesten US-Stars. Jetzt zog sie in den britischen Big Brother Container und sorgt seitdem auch in Europa für Wirbel. Und das allein mit ihrem Aussehen. Denn inzwischen hat sich die ehemalige Teen Bride diese Oberweite verpassen lassen. Und zusammen mit ihrer Kleiderwahl sorgt die 18-Jährige unter den Containerbewohnern für Naserümpfen. Einige wiesen sie bereits an sich nicht so freizügig zu präsentieren. Doch gerade das wird wohl ganz und gar nicht im Sinne der TV-Macher sein. Denn die haben mit ihrer knapp bekleideten amerikanischen Skandal-Barbie, was die Aufmerksamkeit für ihre Show angeht, alles richtig gemacht. Doch gerade von uns schlägt hierher, was die zweite des Of 하면서 eine mythology ist Fosterin. Von uns Mari Aboriginal-Ger atención hahaha und da hat mich sogar lieben.